Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Und zwar präsentieren wir euch heute den DC 913 Münsterland, ein Produkt der 70er Jahre. Und zwar sind die DCs, das sind die D-City-Züge gewesen, die hat man dann abgekürzt DC genannt. Um 1973 bis 1979 ungefähr sind die Gefahren. Das war eine Ergänzung zu den 1. Klasse-Intersity-Verbindungen in Deutschland. Diese DC-Züge haben Mittelzentren zu kleinere und mittelgroße Städte mit den größeren Städten verbunden. Neben dem DC 913 gab es auch noch den DC 910 und den DC 915. Diese Züge, das war der DC Emsland. Und was wir heute vorstellen, ist der DC 913 Münsterland. Der ist gefahren von Frankfurt bis nach, jetzt muss ich gucken, bis nach Emnen. Also Richtung Nordwesten, quer durchs Ruhrgebiet. Da hat er die kleineren und mittleren und größeren Städte verbunden. Viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. 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 Und jetzt kann ich das noch mal ausprobieren. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.